Der Prolog von Orit vom 18. August Gedenken Der heilige Johannes von Rila Ion Rilski Dieser große Asket und Heilige der orthodoxen Kirche wurde bei Sofia, Bulgarien, in der Stadt Skrino unter König Boris geboren. Er stammte von armen, aber ehrbaren Eltern ab. Nach dem Tod seiner Eltern wurde Johannes zum Mönch geweiht und zog sich in eine Bergwildnis zurück, wo er ein streng asketisches Leben in einer Höhle führte. Dort erduldete er viele Angriffe durch Dämonen wie auch Menschen, durch Räuber, aber auch durch seine Verwandten. Später zog er zum Berg Rila und ließ sich in einem hohlen Baum nieder. Er ernährte sich nur von Kräutern und breiten Bohnen, die durch Gottes Vorsehung in der Umgebung zu wachsen begannen. Viele Jahre lang sah er keinen Menschenantlitz, bis er wiederum durch Gottes Vorsehung von Hürden entdeckt wurde, die ihre verirrten Schafe suchten. So erfuhren die Menschen vom Heiligen und begannen, zu ihm zu kommen, um Hilfe in Krankheiten und Leiden zu erhalten. Der bulgarische König Peter selbst besuchte Johannes, um Rat von ihm zu erhalten. Viele, die Eifer für das geistliche Leben hatten, ließen sich in Johannes' Nähe nieder. Dort wurde bald eine Kirche und ein Kloster gebaut. Der heilige Johannes entschlief in Frieden am 18. August 946 im Alter von 70 Jahren. Nach seinem Tod erschien er seinen Jüngern. Zuerst wurden seine Gebeine nach Sofia überführt, dann nach Ungarn, dann nach Trnovo und schließlich in das Rila-Kloster, wo sie bis heute ruhen. Im Lauf der Jahrhunderte war das Rila-Kloster ein Leuchtfeuer, ein Ort wundertätiger Kraft und geistlichen Trostes für das christliche Volk von Bulgarien, besonders während der schwierigen Zeit des Türkenjochs. Die heiligen Märtyrer Floros und Laodos waren leibliche Brüder und Brüder im Geist und in der Berufung. Beide waren eifrige Christen und von Beruf Steinmetze. Sie lebten in Illyrien. Ein heidnischer Fürst stellte sie ein für den Bau eines Götzentempels. Da geschah es, dass bei der Arbeit ein abgesplitterter Stein das Auge des Sohnes eines heidnischen Priesters traf, der bei der Arbeit neugierig zuschaute. Als der heidnische Priester seinen Sohn blind und blutend sah, begann er Floros und Laodos anzuschreien und holte aus, um sie zu schlagen. Da sagten die heiligen Brüder zu ihm, dass sein Sohn geheilt würde, wenn er an denselben Gott glauben würde, an den sie glaubten. Der heidnische Priester versprach es. Floros und Laodos beteten mit Tränen zum einen lebendigen Gott und vollführten das Kreuzzeichen über dem verletzten Auge des Kindes. Das Kind wurde sofort geheilt, und sein Auge war wieder völlig gesund. Der heidnische Priester Merentios und sein Sohn wurden getauft, doch kurz danach erlitten sie das Martyrium um Christi willen durch das Feuer. Als Floros und Laodos den Tempel vollendet hatten, errichteten sie darauf ein Kreuz, riefen alle Christen zusammen und weihten ihn im Namen des Herrn Jesus mit einer Nachtwache im Hymnengesang. Als der heilirische Stadthalter davon hörte, ließ er viele Christen verbrennen und warf Floros und Laodos lebend in einen Brunnen, den er dann mit Schmutz befüllte. Später wurde der Ort ihrer Reliquien offenbart und man überführte sie nach Konstantinopel. Diese beiden wundervollen Brüder erlitten das Martyrium für Christus im 2. Jahrhundert und wurden von Christus verherrlicht. Der heilige Hieromärtyrer Emilian, Bischof von Trevi Emilian wurde in Armenien geboren. Seinem Wunsch gemäß, und da er das Martyrium suchte, reiste er nach Italien, um unter Diokletian das Evangelium zu verkünden. Er wurde zum Bischof von Trevi gewählt. Infolge der vielen Wunder, die sich während seiner Tortur ereigneten, kamen ungefähr 1000 Heiden zum Glauben an Christus. Er wurde zusammen mit seinem Altvater Hilarion und zwei Brüdern namens Dionysius und Hermipos mit dem Schwert getötet. Lobeshymne Die heiligen Märtyrer Floros und Laodos Eine Mutter gebart zwei Söhne, zwei Heilige. Gesegnet sei eine solche Mutter, die Gott gefällt. Wundervolle Floros und Laodos, sie bearbeiteten Steine und berichtigten durch das Kreuz die Seele der Menschen. Was der Meißel für den Stein, ist das Kreuz für die Seele. Mit dem Kreuz meißelten sie, für das Kreuz starben sie. Der heidnische Priester sah ein ungesehenes Wunder. Das Auge zerstört, das Auge geheilt. Ein noch nie gesehenes Wunder. Für ihn war das genug, und mit dem Kreuz getauft wurde er ein Märtyrer. Wundervolle Floros und Laodos. Einen Götzentempel bauten sie, doch in ihrem Herzen verherrlichten sie Christus Gott. Einen neuen heidnischen Tempel bauten die Brüder, doch ein Kreuz setzten sie darauf, und siehe, ein christlicher Tempel. Dann erfüllten sie ihn mit Lobeshymnen an Christus und mit der Schönheit der Kerzen und reinem Weihrauch. Ein Mensch ähnelt dem anderen, doch der eine ist demütig, der andere überheblich. Siehe, sehr ähnlich sind sie sich in Leib und Kleidung, doch sehr verschieden in Verstand und Geist. In dem einen ist Christus und reine Heiligkeit, im anderen teuflisches Leiden und Leere. So mögen unsere Leiber, die Gott gewährt, Tempel des lebendigen Geistes Gottes sein, durch die Gebete seiner Auserwählten, der Brüder Flodos und Laodos, der heiligen Märtyrer. Betrachtung Nicht selten und besonders in unseren Tagen geschieht es, dass Eltern für den geistigen Tod ihrer Kinder verantwortlich sind. Wenn ein Kind nach dem geistlichen Leben und der Askese im Mönchtum strebt und die Eltern diesem Bestreben entgegentreten, statt es zu fördern, dann werden die Eltern zu Mördern ihres Kindes. Und solche Kinder gehen häufig als Strafe für ihre Eltern in das andere Extrem und geraten in Ausschweifungen. Ein Kind namens Lukas, ein Neffe des heiligen Johannes von Rila, erfuhr von seinem Onkel und besuchte ihn, vom Verlangen nach dem geistlichen Leben getragen, auf seinem Berg. Johannes empfing ihn mit Liebe und begann ihn zu unterweisen und ihn an die Askese zu gewöhnen. Doch Lukas Vater tauchte eines Tages an der Höhle des heiligen Johannes auf und begann wutendbrannt den Heiligen dafür zu beschimpfen, dass dieser seinen Sohn in der Wüste nahe wohnen ließ. Johannes' Worte und Ratschläge erwiesen sich als nutzlos. Der Vater zog seinen Sohn mit Gewalt fort und wollte ihn nach Hause bringen. Auf dem Weg biss eine Schlange den Jungen und er starb. Der grausame Vater erkannte, dass dies eine Strafe Gottes war und bereute, doch es war zu spät. Er kehrte zum Johannes mit Kummer und Selbstanklagen zurück, doch der Heilige sagte ihm nur, er solle das Kind begraben und dorthin zurückgehen, woher er gekommen sei. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über Gottes wundersame Wahl Davids zum König. 1. Samuel, Kapitel 19 Wie der Herr Samuel zum Haus Jesse führte, um den achten und jüngsten Sohn des Hauses David zum König zu salben. Wie Samuel David salbte und wie der Geist Gottes über ihn kam. Homilie Über den Frieden zwischen dem Wolf und dem Lamm Dann wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein. Jesaja 11, Vers 6 Auf diese Weise prophezeit der wahrheitsgetreue Prophet die Wahrheit. Und er fügte hinzu, Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Knabe kann sie hüten. Kuh und Bären freunden sich an, ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind, und der Säugling wird seine Hand in das Schlupfloch der Natter legen, und die Schlange wird ihn nicht beißen. Wann wird dieses Wunder geschehen, meine Brüder? Es ist schon eingetroffen, als Christus, der Wundertäter, auf Erden erschien. Es ist die Wirklichkeit des Paradieses, die durch das Kommen des Erlösers unter den Menschen wiederhergestellt wurde. Der Prophet spricht in Rätseln, doch zugleich sehr klar. Rätselhaft, da er nicht über wilde Tiere spricht, sondern über Menschen, klar, weil diese Prophezeiung in der Kirche Christi erfüllt ist. Menschen, die von ihrer Natur her Wölfen und Panthern glichen, Löwen und Bären, Ochsen und Widdern, Böcken und Schlangen, sie alle stehen vor dem kleinen Kind von Bethlehem, im Glauben vereint, gezähmt durch die Gnade, strahlend in der Hoffnung, besänftigt durch die Liebe. Der Prophet sagt auch den Grund dafür voraus, aus dem dies alles geschieht. Denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, so wie das Meer mit Wasser gefüllt ist. Jesaja 11, Vers 9 Unter dem Gesichtspunkt der Stofflichkeit ist der Mensch Erde. Der Mensch, der zum Glauben an Christus gelangt und in Wahrheit Christus folgt, wird von der Erkenntnis des Herrn erfüllt, wie die Wasser das Meer erfüllen. Von dieser Art waren viele Einsiedler. Von dieser Art waren die asketischen Gemeinschaften in Ägypten und auf dem Heiligen Berg, in Zypern, Russland, Armenien und an anderen Orten. Aber das ist nicht alles. Die Erkenntnis des Herrn hat sich heutzutage in der ganzen Welt verbreitet. Es gibt nur wenige Gegend der Erde, an denen das Evangelium nicht gelesen wird, wo der Name Gottes nicht bekannt ist und das unblutige Opfer nicht dargebracht wird. Der eine weist Christus zurück und der andere nimmt ihn an. Der eine fällt vom wahren Glauben ab und ein anderer nimmt ihn auf. Dies ist ein weltweiter Kampf, der im Namen des Herrn Jesus stattfindet. Die überfließenden Wasser ergießen sich ins leere Tal. Das leere Tal wird gefüllt und der Wasserstand gleicht sich dem höher befindlichen Wasser an. Nicht alles ist so licht und glänzend in der Welt, wie wir Christen es uns wünschen würden. Doch die Prophezeiung des Propheten Jesaja hat sich auf herrliche Weise erfüllt und verwirklicht. O welch wundervolle Vision des Jesaja, des Sohnes des Amos, des wahren Propheten! O wundervoller Herr, zähme die tierische Natur jener Menschen und Nationen, die noch nicht durch die Macht deiner Liebe gezähmt wurden. Mögen wir alle durch dein Reichtum fruchtbar werden und lebendig durch dein unsterbliches Leben. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.